Hallo, willkommen bei Conny Canarias, Spanisch mit Conny. Bienvenidos a Conny Canarias. Es geht weiter mit unseren Redewendungen im Subjunktiv. Fangen wir an. Wow, Wahnsinn! Vaya, vaya. Koste es, was es wolle. Cueste lo que cueste. Ich werde entweder eine Villa oder ein Haus kaufen. Koste es, was es wolle. Ich werde entweder eine Villa oder ein Haus kaufen. Koste es, was es wolle. Voy a comprar una mansión o una casa. Cueste lo que cueste. Voy a comprar una mansión o una casa. Cueste lo que cueste. Egal was, was auch immer. Lo que sea. Lo que sea. Wo auch immer. Egal wo. Donde sea. Donde sea. Ob du willst oder nicht. Ob du willst oder nicht. Quieras o no quieras. Quieras o no quieras. So, das reicht. Muchas gracias. Hasta mañana.